guten morgen jackie wey wir müssen uns treffen ich muss dir was zeigen heute stand was ok kleidung in zentral was muss uns jackie denn zeigen was so wichtig ist dass wir uns sofort treffen müssen das auto ist schon zu schnell um die kontrolle zu behalten so 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 geparkt beziehungsweise angekommen ich bin gespannt das ist eine falle ich wusste es nicht jacky einfach die eingeweihte raus geschnitten muss das sein mein Name ist Mr. Tom vielleicht habe ich mich gehört ich bin kein Töp das ist Oh, fuck! I understand your personal reasons for doing this, your history with the sun on him. You do what must be done. There were rumors. Before I'm done with you, you will confirm them. And then you will die. Alter! Holy shit! Das ist ja fast so schlimm in GTA 5. Wie krank. What the fuck? What the fuck? Fuck. Wey, du schaffst dies, komm schon Fuck, komm schon Ja Ja, bring ihn um Nice Ich würde die Säge mitnehmen, wenn ich Wey wäre Aber bin ich nicht, von daher würde ich die nicht mitnehmen Auch zum Gebäude entkommen Fuck Alter Sieht gar nicht gut aus, Wey Trink deine Pisse Was für ein lausiger Tod, so zu sterben Hast du es nicht anders verdient? Oh shit In diesem Zustand mit denen fertig zu... Okay, ich hab nichts gesagt Es geht ihm schon wieder blendend Sblehnend Komm hier, spieß dich auf Du kniesst den Tisch. Für dich habe ich eine Säge. Und jemand bekommt hier den Fahrstuhl. Tschüss. Und mit dir ab in die Gipsplatten. Und du wirst elektrifiziert. Komm, hier gibt es noch einen Herd. Nee, das wollte ich nicht. Komm, ein Herd für dich. Brenn dein Face. Schön. Aua, ich bohli. Einfach aufgespießt auf den Rohren. Boah, was für ein Sprung. Alter, holy moly. Fuck. Das ist fast falsch. Gekommen. No, no. Stirb. Mörder. Shit. Wie wär's mit ein bisschen verbrenntem Menschenfleisch. Für dich die zweite Herdplatte. Wie wär's? Ah, es tut gut. Es tut gut. Ja, natürlich. Komm schon. Ich hab keine fucking Waffe. Wir waffen uns drehen, mich nicht entwaffen. Wird zwar, glaub ich, nicht nötig gewesen, aber... Boah, wieso nicht? Es gibt hier bestimmt irgendwie noch ein Secret. Irgendwie ein... Umschlag mit Money oder so. Was ist das? Die trifft ja gar nichts, die Schrotze. Komm schon. Gut, ich glaube, ich wechsle mal die Waffe. Wenn es möglich ist. Bitte. Ich weiß, du bist da. Ha, Explosionsschaden. Oh. Man tut absolut gar nichts mit der Waffe. Was ist das? Was ist das? Ich habe ihn. Ich habe ihn. Auf den Schrauben. Ich habe ihn. Wow, das ist ein Schrauben. Was ist das? Ich habe ihn auf den Schrauben. Komm, hier muss es ein Secret geben. Haha, nice! Sonst noch jemand? Sonst! Was ist das? Really? No! Really? Fuck! Komm schon, irgendjemand muss doch hier... Was ist das? Komm schon! Jetzt! Wir werden... Junge! Ich muss warten, bis er angreift. Komm, komm, komm! Oh shit! You got it! You got it! Puh! Alter! Was für eine Mission! Und es ist noch nicht zu Ende! Fuck! The election! Big smiley! Und ich komme für dich! Motherfucker! Holy shit! Was war das bitte? Junge! Junge, 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 Junge! Ne, Upgrades! Ich habe da noch ein Upgrades! Zwei Upgrades zur Verfügung! Ellbogenschlag! Verpassen Sie Ihrem Gegner einen heftigen Ellbogenschlag! L.T.B. L.T.B. Und Power Kick Konterschalt einen schnellen Vollganggriff nach dem harten Standard Kick frei! Ja, es geht offensichtlich gerade weiter! Es reicht verdammte Scheiße! Liest du auch noch was, hä? Liest du auch noch was, hä? Liest du auch! Liest du auch!